Hi Sarah, wir sind hier in der MaxFit Week. Du bist gerade fertig mit deiner zweiten Personalized Maximized Swim Session bei unserem Swimming Head Coach Patrick. Was ist deine Erfahrung? Wie bist du hingekommen schwimmtechnisch? Was hast du verbessert und wo siehst du dich nun? Also erstmal Top Trainer, super Gefühl im Wasser mittlerweile, angefangen bei absolut null. Ich bin jahrelang nicht geschwommen, früher immer nur mal im Urlaub, Pool, Brustschwimmen und hatte wahnsinnig Angst im Kopf unter Wasser zu bringen. Und innerhalb von zwei Tagen bin ich jetzt 25 Meter ohne Angst geschwommen. Sehr, sehr geil. Ja, wie ihr seht, Sarah sehr begeistert hier nach zwei Personalized Maximized Swim Sessions mit Patrick. Wahnsinnige Verbesserungen vom fast schon nicht Schwimmer zum Krauler. Und wir werden sehen, ich bin mir sicher, dass sie in diesem Camp in den nächsten zwei Tagen sogar noch im offenen Wasser schwimmt. Einen kleinen Wink und Schwenk zum Meer, da werden wir Sarah dann bald sehen. Also Sarah, erhol dich und dann geht's weiter.